Sven ist schon ein... Ich war es nicht! Ich hör auf alles! Ich war es nicht! Sven ist schon ein... Ich war es nicht! Ich war es nicht! Nein! Sven! Nein! Ich mach Sven! Hey! Herzlich willkommen zu einer wunderschönen Runde TTT. Es geht jetzt tatsächlich los, oder wie? Ja! Ja! Deswegen hab ich gesagt, ich start jetzt einfach, weil keiner reagiert hat. Ha! Das ist so... Und er mit dabei ist Waldo, Drasson und Jigsaw als Special Guests. Aber hey! Aber hey! Aber hey! Aber hey! Aber hey! So, ich bin innocent! Sven, mach mich gerade! Was ist denn auch so viel Scheiße, ey? Ich bin innocent! Sven, ich bin Traitor! Ganz frei! Ich bin es nicht! Hallo, nein! Sven steht gerade auf mich! Hä, bist du? Sven, lass es doch mal sein! Sven, mach mich! Oh! Ich bin fast tot! Sven! Sven! Weißt du, warst du? Ja, ne, einfach. Komm ja, jetzt hau ich dich, jetzt hau ich dich. Komm! Es ist gerade lustig zuzuschauen. Komm ja! Wo seid ihr denn eigentlich? Er bewegt sich nicht! Sven hat mir Schaden gemacht! Gar nicht wahr! Wo seid ihr denn? Ich glaube, in der Mitte rum irgendwie. Sven hat mir Schaden gemacht! Gar nicht wahr! Das heißt, ich kann mich jetzt machen, oder? Nein, du lügst! Das ist die goldene Regel. Wenn man Schaden bekommt, darf man die noch machen! Hä, gar nicht wahr! Du lügst! Sven! 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 Umdrehen! Ich bin in die Lava gefangen! Was hast du für die Waffe? 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 Das ist die abgesiegte Strohflinte. Okay, okay. Hallo, es ist jemand gestorben. Wer ist gestorben? Ja, weil er mit Lava gesprungen ist! Das heißt, Sven ist es! Lava ist gleich Sven! Lava ist gleich Sven! Lava ist gleich Sven! Sven! Sven Ultimator! Jannik, jetzt hör auf zu labern! Lass mal mach! Was? Hier hat jetzt einfach nichts versagt! Jannik ist es! 100%ig! Ich glaube, Jannik ist es auch! Ich glaub's halt auch! Ja, natürlich! Das muss Jannik sein! Ich bin's echt nicht! Weil er steht aus dem Hass total auf Milch! Also das kann nur Jannik sein! Oder doch Waldo! Alles klar! Was ist denn Jannik jetzt? Also Waldo und Raskon sind bei uns! Hinter dir! Boah! Oh Jannik! Wer ist denn? Waldo ist es sowieso! Ich bin's nicht! Fick dich! Alter, Waldo hat den Pik-Vorteil! Alter, ich hab den Pik, der tot ist! Warum auch immer! Und wo steckst du? Ja, der ist in Larbenacken! Da haben wir gesprungen! Wir kommen im Jahr 2020! Gesprungen oder geschubst worden? Gesprungen, glaub ich! Ich weiß nicht mal, wo er in die Lava ist! Ach, da unten! Okay! Jannik! Hör auf! Ja, hab ich gehauen! Du hast ja erst gehauen! Du hast den Hau-Krieg heraufgerufen! Boah, nice! Waldo steht da rum! Waldo steht! Alles klar! Waldo! 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 Alter, ich erschieß jetzt Jannik! Ich schwör's dir! Ich hätt das doch gehofft! Raspel, bist du doch da? Ja! Nee! Okay! Woah! Hey! Ähm! Hallo? Hi! Wie war das? Warum ich? Ihr habt alle das Ding angeguckt! Nee, ich stand hinter dir, wenn einer runtergefallen ist! Ja, und du hast genau drauf geguckt, sonst hab ich auf Sven nicht geguckt! Ja, natürlich hab ich auf Sven geschaut! Weil er mich angesprochen hat! Wie die Drecksau war das? Ich? Sven! Mein Gott! Das sah lustig aus! Aber wieso haben wir zu 5 nur einen Traitor? Weil... Easy! Ich glaub bei 2 wird's erst eingestellt auf dem Server! Muss man das beim nächsten Mal mal gucken! Ich hab die gute Shotgun, alles klar! Draß und mach mich! Dra- Das hat doch nicht mal angefangen! Das hat doch nicht mal angefangen! Das macht ja nix! Du kannst mich ja Tropfen gemacht haben! Oh, Yannick geht mir so derbe auf den Sack! Darf ich dich jetzt einfach egal auf dem Strater bin? Das würde nur ein Traitor sagen! Ja, die Grunde hat doch nicht angefangen! Achso! Ich dachte mir! Tropfen möchtest du mich erkennen können! Innocent! 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 Hallo! Ja! Komm mal her! Wo bist du? Hier bei diesem Portal! Wenn Sven... Bist du ein Finger! Kannst du da klicken! Das sind Öfen explodiert! Bei dem Portal? Ja! Nice! Easy! Aha! Yannick! Bei dir sind Öfen explodiert! Ja hier sind Öfen explodiert! Die sind ja alle! Okay! Komm mal her! Alle sind hier! Alles klar! Hast du hier nen Finger? Lass mir da jetzt auch! Was für nen Finger? Weil du hier bist, hast du da so einen Finger! Da so ungefähr! Ich hab keinen Finger! Soll ich den Finger haben? Ja! Da so... Auf der Wand! Du hast du drücken kannst! Halt nicht! Ich hab hier nur so einen Finger! Let's do! Jiki, jetzt mach du mal! Was denn? Da hingehen und gucken ob du Finger hast! Hier! Da, genau! Hier kann ich nix machen! Hier! Nix machen! Okay! Okay! Das ist kein Trefferraum! Ach! Okay! Okay! Hier sind alle! Das macht mich so fertig! Wer ist Waldo? Ja, wo ist er denn? Kann man hier... Kann man den Video auf den... Oben ist auch noch ein Ender Portal! Wo? Oberloffenberg! Okay! Das kann nur ein Traitor wissen! Das kann nur ein Traitor wissen! Ja, da war er ja gerade! Guck doch! Das sieht nur von hier aus, wo ich spinn! Du Vogel! Das war der Fall, er warst ja auch krass! Da oben ist ein dickes, wetteres, schwarzes... Ähm... Oh! 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 Ich wusste es! Ich habe mir nur das Portal angeguckt! Ach du, Adler! Ach du, Adler! Ich wusste es! Aber ich habe trotzdem nicht! Also, ich habe recht mit meiner Vermutung! Was? Was? Ich habe da wirklich keinen Vermutung gesehen! Ich habe so viele Leute vermutet! Wer hat den erschossen? Der Finger waren höchstwahrscheinlich die Öfen! Wer hat den denn erschossen jetzt? Du! Bei mir stand Waldo, glaube ich! Echt? Weil ich habe nicht abgedeckt! Nee! Das ist... Das war deine Spielfigur! Der hätte kurz noch die Macht übernommen! Mach mir weg, Tor! Zum Beispiel hab ich mich gelacht! Oh mein Gott! Ja, ich bin gut! Hat er das gemacht? Ja, weil du es vor uns gleich wieder, wenn die Runde anfängt! Ach so! Innocent! 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 Ja! Alles klar, ich glaube dir! Alter, das macht mich so fertig hier hoch zu springen! Jetzt werden wir Waldo! Wir fallen zu sehr hoch, dass Waldo das jetzt ist! Was? Ja, siehste! Ja, siehste! Wie kannst du da drin... Einfach... 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 Na? Was geht ab? Oh, das sind Öfen... Äh... Da hinten ist schon wieder was... Da hast du genau hingeguckt! Nein! Es muss irgendjemand von uns hier... Uns drei sein! Sven, warum nein? Das kannst du auch von außen machen! Sven hat nein gerufen! Ich bin fast gestorben! Aber du fährst vielleicht! Vielleicht hat das auch einfach einer von außen... Sven, wenn du bist! Das kann ja nicht sein! Ich glaub... Janik oder... Oder du bist es! Ja, oder du bist es! So willst du... Ich glaub... Ich glaub Sven... Ich glaub Sven... Ich glaub Sven wird grad seinen Tod verhängen, aber... Äh... genug! Ich bin's halt selbst nicht! Wissen Sie, Sven sagt doch nix! Alles klar! Wenn Sven sie immer riechen! Alles klar! Oh, sei gestickig! Der ist voll ruhig! Ich bin doch die ganze Zeit hinter dir! Der einzige, der nicht mehr über uns war, war Sven! Ja hier! Ach da! Das wirst du! Ja, weil ich auf der ganz anderen Seite war, da kenn ich auch nichts für! Ja, der Traitor ist immer alleine! Ich mach Sven jetzt! Ja, dann komm her! Komm her! Komm, du willst unbedingt kämpfen! Komm, wir kämpfen jetzt! Ihr müsst euch auch bei jedem einzelnen Block hier ducken, oder? Beim Springen! Ja! Ätzend! Okay! Okay, Janik, komm her! Komm her! Wir kämpfen jetzt! Die zwei, die verfolgen mich! Die haben bestimmt irgendwas vor! Ja, wir sind nämlich beide! Sven ist es nicht! Ah, im Traitor-Shop gewesen? Wer? Ich? Wer? Ah, Waldo! Nein! Also einer von euch ist es! Ich... Ich find's gut! Ach gut, hast du uns weit getötetet? Ja, hab ich doch gar nicht gekündigt! Ich hab die Lava überlebt! Ich hab einfach angekündigt! Hmhm... Was denn das? Okay, Drassort! 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 Ist es nicht von wo kam der Schuss? Von wo kam der Schuss? Und da oben? Ich glaub auch! Der kam in einen sehr schrägen Winkel! Janik! Ich glaub Janik! Ich glaub Janik! Ich denk echt Janik aus! Wo ist Sven überhaupt? Ja, Janik hat gemeint, er hätte Sven umgebracht! Ja, toll! Danke für die Brücke! Hä? Hä? Da sollte die Brücke unter den Füßen weggerissen werden, aber ich hab's... Echt? Ich hab's rechtzeitig gemerkt! Ich geh jetzt um mein Versteck! Hier hat irgendjemand eine Tür geöffnet! Hat jemand zumindest mal die Leiche von Janik oder... Ja, ich such auch die von Sven! Und die von Janik? Weil das so Bullshit? Hab' ich auch nicht gesehen! Hab' ich auch nicht gesehen! Hm, geil! Es hat ja auch keiner gesagt wo sie sind und wo die hin sind! Ja! Janik beschuldigt eh jeden, der bei nicht bei 3 auf dem Baum ist! So, hier hab' ich eine Leiche gefunden! Okay, Janik war in uns, dann ist es Sven oder... Oder du! Kann es sein! Oder du! Einer von uns wird's sein! Ich sag' Drasshorn ist es! Warum?! Sieg, ich hab' dir gar nichts gemacht! Du bist doch Gerte gequillt worden, ne? Eigentlich... Nee... Aua! Schüss auf! Ähm, hallo? Wo? Ich hab' die ganze Runde noch keinen von euch wirklich gesehen! Das ist so eine Lüge! Ich glaub' du tröntest hier grad an! Ich?! Ja! Wie denn?! Kleiner Waffe höchstwahrscheinlich! Wie denn sonst? Das ist Janik gewesen! Dann bist es doch du! Warum ich? Natürlich du! Ich glaub' es ist Schicksal! Nee! Der war die ganze Zeit bei mir! Ja und jetzt? Ja wo bist du denn?! Wo bist du denn?! Das gibt dich nichts an! Äh! Hallo! Hallo! Bist du noch da? Jaaaa! Von wo haben wir geschossen? Wer? Du! Ich hab' nicht geschossen! Ja, was geht da unten mal? Oh! Okay! Das ist krass! Was denn? Willst du deine Gedanken mitteilen? Ich hab' gerade einen Geheimweg gefunden! Wow! Jetzt komm! Wo bist du? Kannst ja nicht die ganze Zeit kämpfen! Auf dem Minecraft-Map! Ich auch! Wollen wir uns dich einfach treffen? Warte mal, ich muss nachladen! Und ich... Oh scheiße! Weißt du was das Traurige ist? Dras Ron, ich hatte sowas von recht! Janik, du bist du ein Spaß, ne? Ja, vor allem... Du warst der einzige, der nicht da war! Du hast Janik... Du hast Janik von der Brücke runter, oder? Ich wollt' doch schnell hin und... ...noch die Brücke sprengen! Einfach, dass die Leiche runterfällt! Ich wollt' einfach, dass die Leiche runterfällt! Ich hab' nicht mal gesehen, dass du da auf der Brücke drauf warst! Und ich hab' noch draus dran gewollt! Ich wollte noch nie... Ja, aber kennst du die... ...Geschichte mit dem Jungen, der immer... ...Wolf ruft? Ja, aber einmal liegt die, glaub' man nicht! Ich hab' nicht gelogen! Ich hab' gesagt, die macht Sven! Ja, aber du hast die ganzen Runden vorher immer gebrüllt! Dass irgendjemand... Neue Runde heißen nur Live-Regeln, meine Leute! Ja, aber trotzdem kann man dir nicht vertrauen! Ich bin Mr. Vertraue dir! Ich bin Mr. Vertraue dir! Ich bin Mr. Vertraue dir! Im neuen Leben genauso wenig wie im alten! Innocent! 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 Sven hat mich gemacht! Wessel? Der furcht schon wieder an! Vor allem steht neben mir! Darf ich jetzt einfach abschießen? Ich hab' das gesagt, der hat gleich gemacht, aber würde ich ja gar nicht mehr reden können! Ich hab'... Ich hab' nichts gesagt! Nein! Ich fahr' eine Sekunde zu spät! Waldo! Auf ile Runde da nicht! Was hab' ich jetzt? Woah 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 wow wow wow! Jacks, was hast du gerochen? Ich wollte Wasser haben, die du weggeworfen hast! Was? Alter! Das war Maubing! Krasser Typ, krasser Typ! Leben am Limit! Plötzlich ist das alles hier auf der Brücke passiert! Jo gut, das wäre auf jeden Fall übel! Ich werde, die ist schrecklich mit diesem Ducksprung... wirst du ja was passiert hier ich behalte euch alle im auge auch mich dich besorgt was hast du für eine waffe ist dass die akimbo barretter ist das nicht die wolfenstein wird es gehen mit zwei scharfschützengewehren in nordkimbo vor der letzte runde habe ich mit einer anderen der schaffung vorhin hast du nicht geholt war sie ja aber jeden dänisch weggeholt habe ich habe uns gerecht weiß ich kann die beiden ich glaube die machen die gemeinsame sache ja total da oben ist eine oder was okay besser war ein bisschen verletzt weil ich irgendwo runtergefallen bin ok klingt logisch ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht nein ich weiß nicht ich weiß nicht wer schießt ja ich weiß nicht ich weiß nicht ganz waffenwerk ich habe ein schottkopf in der hand Komm, ich schmeißt mein ganzes Waffenwerk, ich weiß es nicht, ich schwöre auf andere Schlagst du das fest eigentlich, oder was ist das? Nee, ich weiß nicht, keine Ahnung, nee Ich habe jetzt eine Waffe weggeworfen, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht Ich hätte dich wegmachen können Ich schwöre, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht Neee Komm, ich habe meine ganze Waffe weggeworfen, ich bin es nicht Ich habe 17 AP Ich hätte Drastron so wegmachen können, ich war gerade allein mit dem Sven ist es Ich gebe jetzt nach oben geklettert Drastron, ich fahre bei dir, ich fahre bei dir, aber da war noch jemand Ja, du warst der einzige Waffe Nein, der war noch einer, der war noch einer Also Also Hier ähm Ich war mit Yannick allein, der hätte mich wegmachen können, ich hatte 17 AP Drastron, lass mich nochmal Hallo, lass mich doch mal ein bisschen reden Ich weiß es nicht, lass mich doch mal ein bisschen Vorher war aber Waldo doch da, der ist aber die Leiter hoch Ja, und von da oben hat er geschossen, Waldo war das, Waldo war das Leute, Waldo Was für eine Waffe denn? Waldo hat ihn abgeschossen Komm schon, den Melden haben schon raus, den hast du eh schon, du standst so lange da jetzt rum Ja gut, dann kenn ich Ja gut, dann kenn ich Ja gut, dann kenn ich Komm, dann kenn ich Ja dann kenn ich Ich weiß nicht Guck Ne, du darfst mich nur um mich hier wegbewegen Oh scheiße Wenn ich's sage, dann weiß ich nicht Ne? Schattiger Waldo Alter, wirst mich verarschen Waldo, wie hast du mich angeschossen? Ich hab einfach über dir und hat auf mich geschossen, Mann Ja, aber wie? Aber zweitens war es Ganz zweitens? Von der Leiter aus? Nein, nein, das war eine Traitor-Falte Ah, da ist die Tasse wieder, sehr schön Und ich bin vorhin hochgeklettert mit der Leiter, war dann über euch und hab durch den Loch auf Drasson geschossen Und es dann eskaliert Du hast auf mich geschossen Ja, ich schreib über dich eben so ein Löchlein Und wir gucken, ob es eskaliert, wenn ich jetzt auf dich schieße Ja, ist es Ah, zwar das ist Vor allem, ich hätte fast Sven unscoupen hätte ich gegeben, deswegen Ja, ich weiß, das glaub ich Alter Ich war immer zu lachen, aber Du bist so ein dummer Wichser, ne? Du bist so ein dummer Wichser, ne? Das ist so ein dummer Wichser, ne? Das ist so ein dummer Wichser, ne? Das kann Eskalation, Leute Weißt du, ich hab mir die ganzen Waffen weggeworfen Aber nein, mir wird nicht geglaubt Ein Traitor Du hast ihn dir auf Schaden zugefügt Ich war es... Alter, komm, ich kill dich jetzt Ich kill dich jetzt Ich kill dich jetzt Das wird nur ein Traitor sagen Au Wow, 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 wow Wo war das? Sven sagt Sven ist es normalerweise, wenn er in das Zeit ist, sagt er immer who Hu Hu Und ein Trainer sagt er wow, wow, wow Genau Verfilmt Weil du macht mich Verfest' dich mal Verfest' dich Weil du knuddelt mit mir Das ist nur... Das macht mich lächer Boah, sie hat geleckt Das hat sie geleckt, Alter Warte, wolltest du es wirklich machen, oder was? Hä? Wolltest du es wirklich machen? Ja Was soll ich denn machen? Ich hab gedacht, die nimmt halt wenigstens One-Hit Aber weil Schicksal hab ich auch One-Hit genommen Ich dachte einfach, warum... Okay, du willst jetzt grad mich spielen, oder so Ich hab dich gar nicht ernst genommen Ich hab dir grad einen Deal-Header gedrückt Schicki ist tot gewesen Ja Ich bin dem Hinterher Der hat's geschafft, über den Block zu kommen Und da hab ich schon von hinten in den Kopf geschossen Hast du Mir hast du genau die Hälfte weggemacht Mir hast du genau die Hälfte weggemacht Ja, ich hab halt... Ich bin vorher da an diesem einen Vlog hängen geblieben Sonst hätte ich... Ähm... Ich wollt eigentlich auch... Ich war doch wütig Ich bin keineswegs mal Traitor gewesen Das war ein Mobbing und transportieren mal Ich bin das dreimal, was weiß ich Das belastet Boah... Oh come on! Okay, Janik hat sich jetzt so aufgeregt Er muss Traitor sein Ja... Ich glaubste auch Ja, ich wünsche es Ich mach dir jetzt dann Ähm... Machen wir einfach mal spontan Janik, oder? Ähm... Ich... Machen wir... Okay... Nee, wir brauchen Beweise Ähm... Oh shit! Ah! Okay, es geht nicht Ich hab jetzt gelacht Alter, man kommt so oder so hier rüber Was? Oh, Sven! 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 Hey, du hast dich nicht gemacht? Ist deine Ernst? Hä? Es tut mir leid Ich wollte einfach nur random schmeißen Ja, eigentlich müssten wir jetzt Schicksal machen Eigentlich schon Ich springe in die Lava Ich... Ich nehme mir freiwillig den Tod Ich dachte... Ich dachte... Drasson ist ein Traitor Hä? Sven hat ihn dir jetzt gemacht Sven? Drasson? Äh... Schicksal? Schicksal hat ihn gemacht Ich hab die Plasma-Granate ausversehen Falsch geworfen Ich springe in den Tod Nein, 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 okay Dann... Dann passt schon Wenn das wirklich keine Absicht war, dann... Sicher? Ich kann die schubsen Ich glaub Sven... Nein, nein, nein Ich glaub Sven ist es Oh, Sven hat ihn geschubst Sven hat ihn geschubst Sven hat ihn mit Absicht geschubst Hallo Hi Was soll's das? Was soll's das? Was soll's das? Wir haben die letzten beiden Natürlich brauche ich dich jetzt Achso Sven lebt doch auch noch da unten, oder? Ich hab... Ich lebe noch Oh mein Gott ey Das war TTT Wer hat gewonnen Natürlich Das gesetzt Persönlich Ich hab gewonnen Easy Ich dachte man haut nur mit der linker Maustaste zu und nicht mit der rechten Also mit linker Maustaste machst du Schaden, mit der rechten stupst du Bis zum nächsten Mal Aufsie Aufsie Tschüss Ciao Onze Aufsie Aufsie Weinen Aufsie Aufsie Bis zum nächsten Mal.